Herzlich Willkommen in der Wett der Interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und ich habe heute ganz viele Gäste und zwar... Elia, Adam und Juan. Sehr schön. Wir sind nämlich nicht nur eine Person, nicht zwei, nicht drei, nein vier Personen. Deswegen haben wir auch vier Mal so viel Spaß. Ihr seid nicht betrunken, wir sind wirklich jetzt zu viert. Wir sind wirklich, ja zu viert. Und wild und jung und spielen Monkey Island. Genau, so sieht es aus. So, folgendweise jetzt in dieser Sonderstaffel Folge ist, dass alle Noelia, die sprechen Espanol und die haben dann eine Anleitung und die werden dann Kiki dabei unterstützen, das Spiel zu gewinnen, das du noch nie im Leben gespielt hast. Nie in meinem Leben. Genau. Einige werden jetzt entsetzt aufstehen. Monkey Island ist ja schließlich ein Klassiker, aber irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Aber das ist das Allerälteste. Also es ist jetzt neu programmiert, aber es ist das Allerälteste. Ja. Und ich bin halt da. Ja, also die Musik gefällt mir schon mal sehr gut. Immer mehr. Die Karibe. Ja, leider hat Spaß gemacht. Und was ist das Aller популярt, Adam? Also dites euch noch einmal. Ah ja, noch jemand, der das Spendt kennt. Also noch jemand, der auch Spendt kennt. Sie kämpft immer mit einem malen Mann, der sich nennt den Chak, der sich immer mit seiner Freundin befindet. Wir nehmen uns eine Freundin. Er ist so ein Mario-Baron aus der Karibik. Es ist sowas wie Super Mario aus der Karibik. Und er spricht jetzt erst mal mit dem alten Mann. Alter Mann. Das sind wir. Das sind sie. Gaybrush. 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 Skumbar. Skumbar ist die Programmiersprache, die man damals dafür benutzt hat. Okay. Wir wollen Pirat werden und um Pirat zu werden, müssen wir dann die Oberpirat sein. Er sagt, dass du in der Bar mit den drei Piraten bist. Okay. Danke. Dann gehen wir mal in diese Bar. Das ist mein Name. Aha, die drei Kung Fu. Und hier kann man jetzt also überall hingehen und Sachen untersuchen. Ja, also mit Rechtsklick kann man das also... Wer ist untersuchen? Eine sehr ehe Sprache. Wer? Ja. Äh... We elect Governor Marley. When there's only one candidate, there's only one choice. Hm. Hm. Es ist nur ein Kandidat und nur ein Voto. Es ist nur ein Voto. Me recuerde an etwas. Ja. Gut. Dann gehen wir mal so lang. Wunderschönes Meer. Wunderschöne Schiffe. André Simon. Das geht doch gar nicht. Aha. Skumbar. 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 Ja. Und nun? Und nun? Was passiert jetzt? Und nun? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt, Alan? Wir sprechen mit den drei Piraten. Aha. Es sind viele Piraten, aber... Was? Kann man mit dem Hund sprechen? Spreche mit dem Hund. Ich spreche mit dem Hund. Ich spreche mit dem Hund. Ja. Wuff. 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 Also dieses Gespräch war wirklich sehr aufschlussreich. ... ... ... ... Aha. Hier gibt es noch weiter. Und dann sind hier die drei Piraten. Ah, ok. Ne reden wir. Wichtige wirkende Piraten. Wichtige wirkende Piraten. Ich will Pirat werden. Ich will Pirat werden. Das ist mein Wunsch. Dann kommen wir wieder da kommen bei Riesen. Ja, ein Pirat mit dem Pirat. Die drei Prüfungen. Du hast drei Prüfungen. Spad. Robo. Und Buscar. Und Geschenk. Spad. 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 Es ist der Noelia. Wie ist der Grock sein? Das ist der Grock. Ist ein violiner das Rohr. Das ist eine Rohr. Ist ganz ácido. Es ist dort. Piratenrum. Das ist auch grob. Ich glaube es gibt sogar da. Ja, ja, Grog gibt es tatsächlich, ja. Also wir müssen ein Schwert kaufen und trainieren. Also mit einem Schwertmeister trainieren. Mit einem Schwertmeister trainieren. Wie ist das mit dem Stehlen? Aha. So, irgendetwas, was guberniert. Tienes que robar algo de la casa de la Gobernadora. Tienes que entrenar Spada y ganarle al Maestro. Ja. Y la Tercera. Hey! Die Hunde sind witzig. Vielleicht. Okay. Schatz. Tell me more about treasure hunting. Imagine has it that there's a treasure bearing here on the island. All you must do is find the legendary Lost Treasure of Mayday. Mele Island. Trademark. Was? Damit du dich selber nicht verklaren musst. Ich weiß es nicht. Y un mapa. Para buscar un tesoro an la isla. And don't forget. X marks this box. Hahahaha. Was is denn hier Grog? Grog. Is a secret mixture which contains one or more of the hallowen. Kerosene. 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 Propinal. Artificial sweetners. Azucar. Azucar. Ron. Acetone. Acetone. Colorante rojo. Grasso, Gasso, Batteria und Peperoni. Aber hat Zucker. Hat Zucker und Rum. Das reicht. Das wird schmecken. Also die drei Prüfungen und dann mit den Tränken. Genau. Das ist das, was wir machen müssen. Und dann gehe ich weiter. Achtung. Achtung. Wir müssen in die Küche gehen. Wir müssen in die Küche gehen. Da musst du warten. Da muss ich erstmal hier. Oder dich verstecken. Und natürlich wirken. Aha. Wenn du raus bist. Sobald er raus ist. Go, 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 go! Jetzt schnell. Okay. Aha. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Kann man das nehmen? Kann man das nehmen? Ich kann das nicht mit dem Fuß nehmen. Achso. Ja. Genau. Ich muss hier was drucken. Ja. Zum Beispiel P wie Pick. Oder Reden mit dem Fleisch. Ja, genau. Das ist Inventar. P ist Reden. Achso. Nein. Ah, nein. Nochmal. So. Dann nehmen wir das. Und hier ist noch ein Tropf. Dann nehmen wir den Topf. Ja. Ja. Okay. Okay. Dann hast du den Pescao. Aha. Also hier in Fiscao. Ah, hier in Fiscao. Ja. Aber hier ist die Gaveta, die dir fastidiert. Ah. Dann hast du drei Golfe an der Schupe. Und dann musst du da hinlaufen? Ah. Nein. Drei Golfe. Echt? Echt. Ah, okay. Echt. 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 Ah! Echt. Und nehmen. Nee. So. Jetzt haben wir das genommen. Und dann? Okay. Und jetzt müssen wir das Fleisch kochen. Das Fleisch kochen. Dann wahrscheinlich hoch. Und dann? Da reinwerfen. Okay. Und dann muss man das? Dann gehen. Und dann. Und dann. Und dann was wieder rausnehmen. Au. Au. Ah, und dann das wieder rausnehmen. Au. Jetzt hat er sich verbrannt. Aber er hat's. Hab ich. Dann? Okay. Dann gehen wir. Dann gehen wir. Dann haben wir einen Bar. Okay. Bar verlassen. Das läuft. Vier sprachen, aber es läuft. Es läuft, ja. Okay. Und dann verlassen wir die Bar. Wieso? 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 Grief ein Dango. Das ist die selbe Firma, oder? Das Spiel haben wir auch. Selbe Firma. Aha. Hi. Lechuk, Alan. Ja. Pirata Podrio. Alan sagt, dass Lechuk stinkt. Ja, der hat so eine Wolke um sich herum. Oh, nee. Sir. Hi. It's days like this, that make you glad to be dead. Ha, also er ist der böse Pirat. Genau. Der Geisterpirat, den wir wahrscheinlich bekämpfen müssen. Ja. Ja, genau. Ja. Ja, genau. So, Alan und ich haben das erste Teil, das dritte Teil gespielt. Mal vor Millionen Jahren. Heh heh heh. Yes. Yes, sir. Lucky. Glad to hear it. Now, what was it you disturbed me for? Uh, y-yes, sir. Well, you see, we might have a problem on Melee Island. Trademark! No problem could there be! I've got those sissy pirates so scared of the sea that they're afraid to take a bath! Na ja, es scheint ein neuer Piraten zu sein. Er hat einen neuen Piraten zu fragen und zu suchen. Das könnte ein Problem sein. Er erforscht. Wahrscheinlich nichts zu überdenen. Vielleicht. Ich weiß nicht warum ich es beschäftigt habe. Ich habe mich selbst geholfen. Wie kümmern sich das? Nein, wie persönlich? Schöpfsache. Sie sind zu wichtig, dass sie amatoren werden. Voll die Duftwolke. Was könnte tatsächlich Duft sein? Duft. Aha. Jetzt geht es nach rechts. Nach rechts. So hat man noch einen Spanischkurs daneben. Ja. Und dann unter dem Tor. Ah, okay. Oh. Ah. Wer bist du denn? Okay. Ich habe noch einen Spanischkurs. Entschuldigung, aber du hast einen Freund namen Sven? Was? 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 Nevermind. Good night. Was? Entschuldigung, aber du... Jetzt ist es nur du wieder. Ich möchte eine Karte kaufen. Ah, eine Karte. Ich glaube, wir müssen ja auf Schatz übergeben. Es και dich,berecht honoriert. Wie lange alle schauen. Ja. Das ist ein Karts. Die ist sicher so einfach. Würchen und Pobふふ. Wie lange? много ich habe? Sehr glücklich! Ah, auf lange... Wie lange? Sie sind ja oder sein... żyst, das ist für sie meter. Natürlich sehr's! Haben wir Geld? Ne, anscheinend haben wir kein Geld. Ich habe nicht genug Geld. Das ist blöd. Das ist aber schade. Das sind drei Leute. Oh, ich habe die Ratte berührt. Was? Ich habe gesagt, keine Ratte. Ohne zu klicken? Ja, einfach so. Na, ich rede mal mit dem. Nette Ratte. Du magst die Ratte? Ja, die ist doch süß. Ja, ich liebe die Ratte. Sie sind sehr intelligente Kreaturen. Die Leute sind immer der Ratte. Ja, ich werde sagen, Sie sind immer der Ratte. Sie sind immer der Ratte. Das ist einfach nicht so, dass ich meine Landte. Und dann immer der Ratte-Gültere. Ich liege mir immer. Wenn ich sie selbst mal machst, Sie sind immer der Ratte. Es ist wirklich ein Auto. Sie sind immer das Auto. Äh genau, kennt ihr den? Ja, wir möchten eine Karte kaufen. Äh, nein, nur schuldig. Diese sind eigentliche Kopie von den letzten Enden der Melee-Island-PTA. Ich kann sie sogar nicht weggeben. Willst du eine? Nein, ich will keine, aber wenn ihr mir zwei Goldstücke geben würdet... Das ist gut. Okay, das ist fair. Okay, das ist gut. Wir werden jetzt weitergehen. Okay, und jetzt? Okay, jetzt... Entschuldigung. 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 Da sind wir jetzt rein. Kannst du aufbeklicken? Es ist eine Voodoo-Karte. Das weiß ich nicht. Ah, ein Voodoo-Karte. Ein Voodoo-Haus. Oh, okay. Du bist auf die Karte. Ein Voodoo-Karte. Ein Voodoo-Karte. Das nehmen wir mal bitte. Ich komm wieder auf die Karte. Wollt die Karte. Die Karte und die Karte. Und die Karte. Oh, hallo! What may I help you with, son? Big Mama Big Mama Big Mama Ich bin gar nicht Wait Don't say anything Anything, anything I can think your name is... is... Guybrush Guybrush knows her No No Three-Food Genau Das sind wir hier Guybrush Three-Food Guybrush Three-Food Ich bin deine Bürste Und du bist ein Baum Du bist ein Guy Ja Das war fantastisch Weißt du noch andere Tricks? Ja So, ich möchte gerne das für mich hinkaufen Wow Aha, wir treffen das einfach mit dir Denen wollten wir wegen von ним Warum wirst du das love? Sie machen uns immer die Basic Instinct Ne? Ja Komm, komm hm Komm, komm Das ist dann die Einladung Ja corrosive Wenn du weißt Sie spielt mit uns. Sie sagt uns die Zukunft. Ja, sie sagt uns die Zukunft. Ich bekomme eine Vision. Ich sehe, dass du einen langen Voyage ziehst. Ich sehe, dass du ein Schiff kapitänst. Ja, ich sehe... Was? Sieh was? Sieh was? Ich sehe einen großen Monke. Nein, ich sehe einen großen Monke. Ich sehe dich in den großen Monke. Okay. Was? Was auch immer der Ape... Ich sehe einen Monke. Ich sehe einen Monke. Und ich sehe, dass du einen Monke entstattest. Ich sehe, dass du einen Monke entstattest. Ja, ja. Jetzt ist es ein Ding. Ich sehe, dass du einen großen Hagen ab in den großen Monke entstattest. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Sie hat gesagt. Sie hat gesagt. Sie hat gesagt. Es ist eine Recht zu wissen. Ja. Wenn du wirst, wirst du dir unseren Versuch, komm sie mich zeigen. Dann werden wir dich lernen. Ja, ja, ja. Das ist so, wie du das lernen willst. Ja, 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 ja. Jetzt ist sie weg. Ja, gut. Oka gibt ihn? Ja, ja. Wir sind wieder. Ja. Ja. Und du gehst von der Leicht. Ja. Unruhe. Ja, und du dich... Es gibt einen Vergewaltiger, der dich rufen wird. Da ist er schon. Dann gehen wir doch mal hin. Hallo. 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 Anybody in here? Anybody in here? Hallo. You know, bad things could happen to a person in a dark, deserted alley like this one. And at this time of night, nobody would be around to see it. Nobody would be around. Aha, schön. Interessant. Oh, really? That's interesting. Well, see ya. Now, why are you in such a hurry? Oh, I better get your name. Très late. Stimme. This summer. Guybrush Threepwood would grow in one adventure. Genau. Threepwood. Guybrush Threepwood. Well, whatever your name is, listen. I'm the sheriff around here. Oh. Ach so. Shintop. Shintop. Take it from me. This is a bad time to be visiting me. Millie Allen, Treadmark. Treadmark. Shintop. 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 Boy, I feel much better knowing there's an officer of the law around. Okay. Mm-hmm. Now, the card is the same. Very cool. Oh, a circus! Oh! Juhu! I love a circus! Oh! 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 How are you? Come back to the street. You have to go to that shop. What? There's a door there. Ah. Here? Yeah. Ah. It's a store. Hey! There comes Peter Jackson. Peter Jackson? Yes. So. Ah. Here's a shaufel. Ah. P for pick up. Yeah. Then take it. Let's go up. Lalalalalalalalalala. Stop. Shaufel is bigger than here. And here's another sword. Pick up. Pick up. Pick up. Give it us. And now? Okay. I'm going. Now, talk and call the timbre. Okay. It's not clinging. 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 I want to ask him. What do you want? What do you want? What do you want? Yeah, what about it? I want it. That's a hundred pieces of eight. Oh. Oh. Ok, get or leave it. We have two. We have two. Yeah, exactly. Ich möchte gerne die Schoffel kaufen. Yeah, what about it? Will ich haben. Ja, ja. Dann haben wir die Nerven. Was machen wir dann hier? Das ist ja blöd. Gut. Und wieder zurück. Schwertmeister, den brauchen wir auch. Trademark! Trademark! The swordmaster of Melee Island? Trademark! I don't know. Sieht, nobody knows the whereabouts of her secret hideout. Nobody takes me. I'd have to go and ask her if it's okay to show you the way. Hmm. I guess I could hike all the way over there once. Once. Okay. He knows where the master is. And don't touch anything! And now? Let's go. Let's open. You're going to enter the prison. There's the church. There's the church. Take the church. Yes, where the church is always like. I don't see anything special without it. Okay, let's go. They're talking all the way around. That's all the people who are like drugs. Yes. Because the rat has been arrested. Now you get a rat too in prison. Exactly. Not to mention halitosis. Oh, he has a problem. Hey! It's hard to keep my breath minty fresh when there's nothing to eat in here but rats. Yes. Okay. And then you go again? Yes. Then I go again. And then... 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 To the house of the governor. Ah! So the governor's house. Oh! Then let's go visit the woman. Maybe it's pretty nice. And then... And then... It's not a country. It's a country. But I'm very close. They're going far away. Yes. Oh, look! The dogs! Piranha-pudel! Piranha. Piranha. I don't think I can get past them. Okay. That's funny. It can happen. Okay. Now... And then you go back to the store. And then you go back to the store. And the sword and the sword, right? Ah! Probably you have to notice the things. Yes, exactly. So you have to notice everything. Yes, exactly. So you have to notice everything. Yes, exactly. That makes sense. You have to know the things. You have to know first that there is a dog. And then... Okay. Now... You ask the guy... Peter Jackson! You ask the guy... You ask the guy... Pfeffermint. Hey! Where did you go? Hm. I hike halfway across the island to try and get you a reservation with the sword master. Who, by the way, said you can go jump in the leg. And when I come back... Pfeffermint. See if I ever do you a paper again. Hm. Also Schwertmeisterin will uns anscheinend gar nicht. What do you want? Sehen wir mal. Okay. I just want Pfeffermint. I can't really use a breath mint. Aha. You are telling me! Here! Take one! Please! Take it home. Make it home. Have you월 have a base you make? Is it ok? I am sure you do it? No, he gave money. Is that it? We paid. Yep. Whatever. Hey. Dafür ein Gefängnismann. Wir müssen erstmal den Mundgeruch anderer Leute stellen. Das ist Prio 1. Ein Pirat zu werden. Oberste Priorität. Achso, dann muss ich Inventar. Und dann benutzen. Oh, das ist refreshing. Achso, nein. Inventar. 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 Tic, toc, loc, tic, bumb, bacterhom, centrum. Normalerweise. Inventar. 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 Greek for Greek. Es ist halt so, es stehen Buchstaben. Und das ist T für Talk und P für Pickup und G für Give und also muss man im Kehrtrucken. So, wer ist er überhaupt? Mein Name ist Ores. Wie immer. Warum sind sie nun schon hier? Gute Frage. Was für Blut? Was für Blut? Die Jell-O-Koniche in Dormi-Flauers in der Forrest. Wie viele Blumen brauchen wir wahrscheinlich. Die Flores se llaman... ...las Dormidoras de Perro. Ah, ja? So, wie kann man das? Kann man das? Ja? Du kannst mich aus hier! Ach so? Ach so? Was? Du kannst dich diekerartkage haben. Ich will das mädchen-Karot-Karot-Karot. Ich wehle-Karot-Karot-Karot-Karot-Karot. Ja. So, wie ist der Hut in der Karte? Oh, wie viele deutlichen? Ja, das ist das einfach. Cool, Groll, Grun, Pary, Bugs, und Bodylights, wenn etwas Liert. Ich habe eine Karot-Karot-Karot-Karot-Karot. Das ist zähl, aber noch nicht einfach. Der Koch aus der Bar, das stimmt. Oh oh, jetzt ist die Ekel. Jetzt ist er zu seltsam in den Braten. Also, wer will dich fragen? Ich weiß nicht, wer genau. Ich denke, es war eine Konspiratie. Und wenn es einen typen von Piraten gibt, den ich nicht mag, ist es eine Konspiratie. Oh nein, was für ein schlimmes Wortspiel. Der Pirater der schlimmsten Worte ist der Konspirator. Ja, ja. Ja, ja. So, was ist jetzt hier mit dem Sheriff? Ich habe einen Konspirator. Wir sitzen hier wie in einem Bus. Oh nein, Sheriff. Oh nein. Das heißt, Otis. Oops. Oops. I hope you haven't been taking this filthy, big man to say is, Dave. Dime. Oh, der war nicht. Oh, der war nicht. Ah. He seems innocent to me. Why don't you let him out? Maybe you should mind your own business stranger. Stranger. Okay. In the Caribbean. One man. I don't know what you're going to do. I don't know what you're going to do. I don't know what you're going to do. We'll make a difference. It's probably illegal. So forget it. Böse Sheriff. Na gut. Wherever you go on melee. I'll try it. And if you try any monkey business. Monkey business. No. Na gut. Man. You see a pill or what? You see what I have to put up with? Hm. You better go before you get his body in trouble. Okay. We're going then. Aha. Da wo das Spiel anfing. Also da auf diesem Felsen wo wir mit dem alten Mann gesprochen haben. War auch gar lach wieder. Ach so um die Blumen zu suchen. Ah. Welcher alter Mann. Ja ganz am Anfang. Da war doch so ein Opa mit dem wir erschreckt haben. Ach so. Das Intro noch. Ja. Ja aber trotzdem. Trotzdem. Müssen wir da wieder zurück. Oder wie? Hm. Das war der Finger an. Er ist bei dem. Hey ein Wikinger! Oh ho ho. Selbst der Papaga hat sich erschreckt. Ja. Haha. 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 Ach so. Da haben wir angefangen. Boah. Das findet man sonst nie. Ich glaube nicht. Haha. Aha. Aha. Okay. Er ist irgendwann oben über das Arco. Nach rechts. Nach links. Woa. Oh. Bist du das alles der Kruz? Ja. Ja. Da hin. Da hin. Das hinten da hin. Hier. Hier. Ok. Da hin. Hier? Oder wo. Ja. 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 Ja, ja. Okay. Ja, wir gehen. Es ist ein Rangelkreuzer nach links. Ja, es ist ein Rangelkreuzer. Oh mein Gott. Oh, Hook Island. Hook Island. Okay, also bevor wir weitermachen, würde ich sagen, speichern wir. Ah, okay. Aguardan. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. See. Und wenn wir vielleicht nach Hook Island. See.